Eine Banane und das ist ein Böp, wie Banane. Böp. Wie dumm hier. Wir müssen gleich auch mit allen zusammen besprechen. Ich finde es total schön, dass sie so schnell wieder ein ganz normales Leben haben können. Das finde ich total schön. Und sie können ja diese fröhlichen Gesichter angucken. Sollten sie im Krieg bleiben? Ich glaube nicht. Wenn man die draußen auf dem Schulhof dann sieht, ja, sie vergessen einfach auch. Und ja, man merkt einfach, dass sie Freude haben. Und das ist das, was wir ja wollten. Die Schulgemeinschaft ist sehr begeistert davon, von diesem Engagement. Was wir hier als Schule leisten. Ich werde von Eltern angesprochen und gelobt. Und die finden das sehr, sehr gut. Sonja. Well. So, jetzt. 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 ту.